So funktioniert Bausparen mit Schwäbisch Hall. Sie träumen von Ihrem eigenen Zuhause. Nicht sofort vielleicht. Zum Beispiel, weil Sie gerade Ihren ersten Job antreten. Aber in einigen Jahren möchten Sie in Ihrem Traumhaus leben. Damit das klappt, schließen Sie am besten jetzt schon einen Bausparvertrag ab. Und der funktioniert so. Zunächst sparen Sie regelmäßig einen festen Betrag. Auf Ihr Guthaben bekommen Sie garantierte Zinsen. Wenn der Bausparvertrag ungefähr zur Hälfte bespart ist, bekommen Sie Ihr Guthaben ausbezahlt und erhalten gleichzeitig ein günstiges Darlehen. Nun fangen Sie an, Ihr Traumhaus zu bauen und zahlen parallel das Darlehen in festen Raten zurück. Unter Umständen können Sie noch von der staatlichen Bausparförderung profitieren und das von Anfang an. Wenn Sie doch nicht bauen möchten, renovieren Sie das Haus Ihrer Großmutter oder kaufen eine schicke Wohnung. Denn das Geld aus dem Bausparvertrag können Sie zum Bauen, Modernisieren oder Kaufen einsetzen. Träumen Sie nicht nur vom Traumhaus. Werden Sie Teil der größten Bauspargemeinschaft der Welt. Schwäbisch Hall.